Was mir persönlich sehr wichtig ist und sehr gut gefällt, ist die Möglichkeiten, die einem geboten werden. Man ist nicht festgelegt auf einem genauen Karriereweg. Man kann sich über die Zeit selbst sehr frei entscheiden und gestalten. Man hat extrem viele Gestaltungsmöglichkeiten und kann sich über die Jahre unterschiedlich entwickeln, in unterschiedliche Bereiche wechseln und muss nicht zwingend den Arbeitgeber wechseln, wenn man erst mal eine ganz neue Perspektive haben möchte. Bis zum nächsten Mal.